Hallo zusammen! Heute berichten wir über das Wetter am Strand. Wie ist das Wetter am Strand? Wir haben ein kleines Lüftchen, ein kleines Windchen und auch ganz kleine Wellen. Also es ist ganz schön zum Baden. Für diejenigen, die Angst haben, wenn sie zu grosse Wellen haben. Für diejenigen, die vielleicht kleine Kinder haben, ist das Wetter heute ideal. Nur vielleicht noch ein bisschen kalt. Es ist frühlingshaft warm. Wir sind vorher ein bisschen zu Baden, aber nur ganz kurz und mit den Beinen sind wir ins Wasser. Heute können wir ohne Jacke rumlaufen am Strand. Die Sonne scheint. Ihr seht hier den Schatten hinter mir. Seht ihr den Schatten? Die Sonne scheint. Es hat ein paar Wölkchen. So kleine Schleierwolken am Himmel. Aber es ist eigentlich ganz schön und warm. Und gestern noch haben wir ganz, ganz kalten Wind gehabt. Wir mussten die Winterjacke anziehen. Wir mussten Kappen und Händchen zum Velo fahren. Und heute geniessen wir es, dass wir am Strand sünneln können. Und dass wir ein bisschen bessere Farbe bekommen nach dem langen, dunklen Winter. Also, alles Gute. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.